gucken wie das funktioniert um ein schloss zu knacken musste den stift drehen und zeitgleich versuchen das schloss zu drehen das schloss kann nur vollständig 90 grad gedreht werden wenn du mit dem stift den richtigen winkel findet die ausnahme von sehr einfachen schlössern wird der dietrich zu vielen fehlschlagen versuchen okay so kann ich hier kann ich mit der maus den drehen ad kann ich das schloss drehen hat das geklappt ja gar nicht so schwer schöne waffen naja du hast nur ein auge klar dann man sich erschreckt was do you want I'm so glad you asked since we're stuck here I figured I'll go see if anything's creeping around the corner I hear that you're looking for the resistance and where I'm heading they used to have an outpost I wouldn't mind backup while I'm out there so what do you say buddies talk to Ryan and see if he needs anything I'm moving out now that's me the bridge and don't make me wait okay wer auch wir hätten ihn ja auch fragen können was willst du arschloch aber warum also man sollte grundsätzlich erst mal mal freundlich bleiben oh schön medikits sehr fein mal gucken wie wir die überhaupt einsetzen dann gehen wir mal nach draußen und gucken mal okay wir gehen erst mal verlassen ich weiß mal keine lust hier zu reden könnte natürlich nach dem vater fragen und 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 das habe ich schon getan so dann gehen wir mal raus und gucken ob keiner guckt gebiet verlassen so waffenrad du kannst ein waffenrad voranstellung inventar erstellen um das inventar zu öffnen drücke i schnell zu drücken drückt und halte kuh gedrückt ok ok so was so kann ich denn wechseln okay die beiden wir jetzt erst mal schauen wir uns mal um hier unsere schöne brille ist jetzt gab es da noch nix ich hoffe doch dass wenn hier irgendwo so eine kleine spinne rumläuft dass mir das angezeigt wird die eigentlich dauerhaft anlassen du findest die orte deiner haupt und nebenziele auf der gebietskarte drücke empf um die karte zu öffnen okay alles klar mission was hat mich denn da erfasst was ist denn so ist der andere ihnen gefallen hier wir alles schön einsammeln achten kleine krabbeltrine schauen wir mal ob wir da irgendwo reinkommen so 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 noch viel schönes material so der dietrich hier ging es ja nicht rein weil der dietrich ja von erfahrungsstufe nicht gereicht hat oder ich heile mich mal was stand jetzt hier nochmal genau dann sind zu niedrig ok hier geht es wahrscheinlich dann hier hoch zack ja so wieder nicht mit krummen fingern wird das nix so hier rein ja sieht doch gut aus oh sehr schön ich hoffe ich kann meine munition meine munition meine fähigkeiten denn noch ausbauen aber wird wahrscheinlich nicht okay das muss wahrscheinlich sprengen energiezellen sagen sagt er dazu was ne so wir haben hier im lager müssen wir jetzt mal schauen wo gehen wir dann zuerst hin von der anderen seite verschlossen ok rohrgranaten das ist eine munitionskiste wahrscheinlich nur von der seite aufmachen jawohl so gefällt mir das ordentlich munition einsammeln so tisch überprüfen ein commander baron unterzeichnet der angriffsbefehl und er ist der 1 einige tage alt so spiegel speichert sehr schön taschen taschenlampe so so jetzt kann ich die tür bestimmt hier genau freischalten oh gibt aber viel energie viel medikits viel munition das finde ich aber schon geil muss ich sagen ist ja in anderen spielen immer so ein bisschen problem entweder haben wir glück das heißt äh dass wir das alles gar nicht brauchen oder wir haben wirklich so viele gegner da ne werkbank so was brauchen wir denn ne ok aber wir haben ja auch erstmal genug also brauchen wir nichts herstellen so dann müssen wir erstmal nach da damit dass wir neck we dass auf auf so sehr schön gucken war denn hier noch irgendwas ja hier liegt noch ein bisschen zeug rum das gut das gut umso mehr wir einsammeln umso mehr haben wir stoffe fertigkeitsstufe ist zu niedrig okay so aber ich glaube wir haben erst mal genug gesammelt da müssen ja irgendwie geradeaus jetzt muss ich mal schauen gruseliges püppchen ich glaube hier drin war es das oder können wir hier irgendwas sprengen ich glaube vermute mal wir müssen hier wieder raus genau einmal hier schön lang jawohl hier wieder so genau und hier wieder runter ja wohl stand da hinten hinten stehen hinter dem fenster zwei bretter um das war so danach raus okay ist man die richtung ja doch da die kleinen ich höre schon wieder was größeres so wir drehen uns nicht um und machen das viel hinter uns fertig so müssen jetzt hier lang aber wir können ja auch hier mal rein gucken ob wir hier irgendwas finden okay kümmern wir uns erst um das hauptziel das ist eine ratte ziemlich lebendige ratte wir können wir wieder speichern super wir können wir die tür öffnen und finden sogar was ja das ist immer gut über ressourcen weil er läuft da unten lang das sieht nicht so aus dass er ja hoch kommt es ist immer noch so aus also natürlich wird es wird es wird es wird sie wird die und sie wird es wird jawohl das eingesammelt hier heilen wir uns erstmal munition sehr gut auch schön wo geht es hier lang fertigkeits punkte verfügbar